Hallo, ich bin Simon, dein Muskelmacher. In letzter Zeit wurde ich immer wieder gefragt, wie sieht es aus mit dem 48 Explosive Trainingsplan? Wann kommt der endlich raus? Der soll ja kostenlos werden, habe ich ja gesagt. Aber wie lange dauert das Ganze jetzt noch? Ihr wisst ja, die Testphase, die hat begonnen und da sind auch ganz viele Tester dabei und die auch wirklich das Ganze nach außen tragen. Es gibt coole YouTube-Videos über das 48 Explosive Training. Einige davon habe ich ja auch schon bei Facebook geteilt und auf Muskelmacher Kanal geteilt. Richtig gute Videos, da hat man schon mal Eindrücke, auch gerade was die anfänglichen Erfolge angeht, so ein paar Erfahrungen. Finde ich ganz cool gemacht. Kann ich einfach nur empfehlen, sich darüber schon mal zu informieren, ob es sich lohnt, dieses kostenlose Trainingssystem zu trainieren. Jetzt in diesem Video erstmal die Information, es wird für alle Bestellungen im Muskelmacher Shop den kostenlosen 48 Explosive Trainingsplan dazugeben. Das heißt, bei allen Bestellungen wird dieser Trainingsplan beiliegen für den Rest des Monats, also für den gesamten September, gibt es 48 Explosive Trainingspläne kostenlos bei allen Bestellungen im Muskelmacher Shop. So, ich denke, damit kann doch der ein oder andere dann auch schon mal frühzeitig loslegen, bis dieser Trainingsplan dann irgendwie downloadbar ist. Da muss ich einfach nochmal schauen, da lege ich mich überhaupt nicht fest, in gar keiner Richtung. Aber erstmal ganz wichtig, bei allen Bestellungen ab sofort liegt der 48 Explosive Trainingsplan kostenlos dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße, euer Simon. Wir sehen uns im nächsten Video.